Hey Leute, hier ist LionGamer1 und ich heiße euch herzlich willkommen zum nächsten Teil von Let's Play Omsi 2. Heute werden wir das erste Mal hier im Let's Play auf der wunderschönen realen Karte Hamburg-Harburg unterwegs sein. Und an der Stelle erstmal vielen, vielen Dank an Leon99TV und LionGamer2 dafür, dass ihr mir diese Map empfohlen habt, beziehungsweise dafür, dass ihr mich auf diese Map aufmerksam gemacht habt. Wir werden heute hier auf der Map Hamburg-Harburg die Linie 142 von der Haltestelle AK Harburg, da stehen wir ja auch schon mit dem Bus, zur Haltestelle Bahnhof Harburg fahren und da werden wir heute ca. 25-30 Minuten auf dieser Linie unterwegs sein. Und diese Linienfahrt, die werden wir heute absolvieren mit einem Mercedes-Benz Citaro O530 C2G von der Hochbahn. Da würde ich sagen, beginnen wir jetzt auch direkt mal mit den Vorbereitungen für die heutige Linienfahrt und wählen jetzt zuerst mal den passenden Fahrplan aus. Und ich glaube in ca. 3-4 Minuten müssen wir nämlich hier auch schon an der Haltestelle AK Harburg losfahren in Richtung Bahnhof Harburg. So, also erst mal den Fahrplan auswählen, dazu erst die Linie, das ist die 142 wie gesagt. Und dann haben wir vier Umläufe zur Auswahl, wir nehmen einfach mal den ersten und gucken mal dann welcher passt. So, das ist der falsche, der geht vom Bahnhof Harburg hier zur Haltestelle AK Harburg. Keine Ahnung, für was jetzt die Abkürzung AK steht, also falls ihr das wisst, schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Würde mich jetzt auf jeden Fall mal interessieren. Ich habe auch im Internet ein bisschen geguckt, aber ich habe irgendwo nirgendwo was gefunden, für was jetzt hier AK bei der Haltestelle steht, bei dem Haltestellennamen. Also falls ihr es wisst, schreibt es nur gerne unten in die Kommentare, würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen. So, schauen wir mal weiter, welcher Umlauf passt. Umlauf 2 ist auch falsch rum, aber hier Umlauf 3. Wunderbar, von der Haltestelle AK Harburg zum Bahnhof Harburg, dann geht es hier los um 14.08 Uhr und die planmäßige Ankunft ist um 14.33 Uhr und in vier Minuten müssen wir hier an der Haltestelle losfahren, das passt ja wunderbar. Dann nehmen wir den Fahrplan gerade mal an und einmal ab mit uns in den schönen C2G, genau. Und dann lasst uns erstmal die Bordelektrik aktivieren. So, die Autos, die fahren hier manchmal echt ganz schön knapp hier immer am Bus vorbei. Ihr habt es vielleicht jetzt schon bemerkt, jetzt hier am Anfang, als wir von außen auf den Bus drauf geschaut haben, sieht man jetzt hier auch immer noch im Spiegel, wie nah die hier manchmal vorbeifahren. Manchmal fahren die so nach links, wenn die da vorne links abbiegen wollen in der Kreuzung, ordnen die sich schon relativ weit links ein. Aber hier seht ihr schon, der, der fährt so extrem krass am Bus vorbei. Da denkt man immer so gleich, ach du Scheiße, der fährt ja gleich in den Bus in einen rein. Und da hoffen wir mal, dass das heute hier nicht passiert, dass noch irgendwie einer in uns reinfährt. Aber weil die sich irgendwie ziemlich früh mal schon einordnen, der jetzt auch schon wieder, guck mal wie krass nah der hier an den Bus ranfährt. Weil die sich halt schon so früh einordnen fürs Rechtsabbiegen da vorne. Schon krass. So, Motor starten. Und dann, ja mehr brauchen wir erstmal nicht zu machen, dann melden wir uns ja erstmal an. Den Rest mit Gang einlegen und so machen wir dann, wenn wir losfahren. So, einmal Dienstanmeldung. Da haben wir die Personalnummer, die 54341. Und die PIN ist die 1506. Was wir machen können, ist hier mal der Blinker setzen, genau damit die Autos wissen, dass wir hier stehen bleiben. So, 14.05 und 30 Sekunden, also noch zweieinhalb Minuten, dann geht's los. Das reicht ja auf jeden Fall aus. Und es stehen aber auch schon einige Fahrgäste hier an der Halterstelle. Mal gucken, wie viele heute so allgemein mitfahren werden. Und, ja, ich hab ja wie gesagt einen Gelenkbus gewählt, weil ich glaub schon, dass es heute relativ viele Fahrgäste sind, weil ich hab mich schon mal so ein bisschen umgeschaut und so, wie das so aussieht. Wie viele Fahrgäste hier mitfahren. Ein bisschen bin ich auch schon mal über die Map gefahren. Und, ähm, genau, da war es schon so, dass da relativ viele Fahrgäste dabei waren. Deswegen hab ich heute auch mal hier einen Gelenkbus ausgewählt. Mal gucken, ob der auch richtig voll heute wird. Oder ob der relativ leer bleibt. So, die Fahrgäste kommen vorgelaufen, wunderbar, noch 2 Minuten, 10 Sekunden, dann geht's los. Hier seht ihr den Fahrplan. Keine Ahnung, wie viele Haltestellen das genau sind, sind aber schon ein paar. Genau, wir sind hier circa eine halbe Stunde unterwegs. Da ist so diese Haltestellenanzahl so, ungefähr die, die man auf den meisten Maps hat, wenn man eine halbe Stunde unterwegs ist. Außer man fährt halt viel Landstraße oder so. Guten Tag, hallo. Eine Einzelfahrt-Großbereich, ja. Genau, heute sind wir mal hier wieder in Hamburg unterwegs. Und bis jetzt waren wir ja nur mal in Hamburg unterwegs, ähm, als wir auf der Map aus dem Hamburg Tag- und Nacht-Add-on unterwegs waren. Und das ist jetzt, glaube ich, auch nochmal, ich denke, das ist eigentlich die zweite Karte, die es jetzt gibt, wo man hier in Omsi 2 auf der, wo man hier in Omsi 2 in Hamburg fahren kann. So. Genau, und die aus dem Hamburg Tag- und Nacht-Add-on war ja die erste Map hier aus dem. Äh, ich glaube, sie haben die Karte- und Nacht-Add-on. Ja, 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 ja. Ähm. 2 Euro noch, so. Warte mal. Ja, 10 Cent fehlen noch. Warte. Nochmal. Also, erstmal, 20 Cent, 50 Cent. Und jetzt nochmal. Warte mal. Ah, ne. Hey, wieso kommt denn da ein... Oh, warte mal. Ich drücke jetzt einfach mal STRG-T, dann kommt es passend raus. Guten Morgen, hallo, moin, moin. Hallo. Genau, also wie gesagt, das ist so die zweite Karte hier für Omsi 2, wo man auf dem, ähm, wo man hier in Hamburg fahren kann, wobei, ähm, das ist zwar, das ist zwar jetzt eine kostenlose Map hier, die ihr im Omsi-Forum kostenlos downloaden könnt, aber, ähm, aber ihr benötigt halt das Hamburg Tag- und Nacht-Add-on dafür, weil ihr habt schon gesehen, dass vielleicht so hier die ein oder anderen Texturen, die hier verwendet wurden, ähm, glaube ich, aus dem Hamburg Tag- und Nacht-Add-on stammen und auch erst recht hier die KI stammt natürlich auch aus dem Hamburg Tag- und Nacht-Add-on. Und ich meine auch, dass hier ein paar Texturen halt aus dem Hamburg Tag- und Nacht-Add-on stammen, wird ja auch irgendwie halt noch passen, weil, ähm, die Karte ja auch hier Hamburg, ein Teil von Hamburg nachstellt und da würden ja dann natürlich die Texturen und alles aus dem Hamburg Tag- und Nacht-Add-on natürlich auch irgendwie passen. So. Gleich ist es soweit, gleich können wir losfahren und zwar genau jetzt eigentlich. Wir haben jetzt 14.08 Uhr, genau, die Zeit ist auf 0 Sekunden runtergegangen. Wir blinken links, legen den Vorweitsgang ein, Feststellbremse lösen. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier gut rauskommen, da kommt aber gerade keiner. So, der ist auch wieder extrem knapp an uns vorbeigefahren. So, und da vorne geht es jetzt erstmal rechts entlang. Und da kommen wir in eine 30er-Zone. So, und hier ist echt schon eine relativ enge Kreuzung. Müssen wir mal gucken, dass wir hier gut rumkommen, ohne irgendein Auto mitzunehmen. So, Vorfahrt gewähren, da kommt aber, da kommt noch einer. Kommt noch einer, ne, der will hier rein. Der steht natürlich wunderbar da. So, Lühmannstraße ist die nächste Haltestelle. Oh, oh, oh. Den Spruch habe ich eben auch noch nie gehört, der scheint irgendwie neu zu sein. Oder der ist irgendwie hier nur bei der Map mit dabei, keine Ahnung. Weil der hat ja eben irgendwie sowas gesagt. Sind wir hier auf dem Nürburgring oder sowas, hat er gerade gesagt, ne? Alter, hier ist aber auch echt eng mit dem Gelenkbus rumzukommen, sonst wenn die Autos da stehen, dann können wir jetzt nichts machen. Ah, ei, 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 so. Okay, weiter geht's, hier muss man auch wieder aufpassen, dass hier... Oh, ist der Bus jetzt kaputt, weil wir so hängen geblieben sind? Kurz die Reparieren-Taste drücken. Ei, 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 gleich hier den Bus am Anfang kaputt gemacht. Aber die Kurve war auch ganz schön eng, wir konnten ja nicht weiter ausholen wegen den ganzen Autos, die da standen. Da mussten wir halt jetzt so da rum. Gut, hoffen wir, dass jetzt trotzdem bei der weiteren Fahrt nicht nochmal irgendwie sowas vorkommt. Soll ich zu schnell fahren, das ist ja nur eine 30er-Zone hier. Genau, und die nächste Hallestelle, wie ist die nochmal? Lühmannstraße, genau, mal gucken, wann die dann kommt. Da vorne die Kreuzung, diese Kurve wäre vielleicht sogar besser, mit dem Solo-Bus zu fahren, wobei... Ja, aber ich weiß nicht, wie vom Fahrgast oft kommen, ihr seht, das sind jetzt schon einige Fahrgäste. Und wenn jetzt nochmal so viele Fahrgäste kommen und so weiter, dann wäre natürlich schon ein Gelenkbus schon besser. Gucken wir mal, wie viel Leute hier los ist. So, du hast natürlich Vorfahrt hier rechts vor links. Kommt, dann fahr auch. Ah, ne, wobei, er hat gar keine Vorfahrt, das ist ja gar nicht rechts vor links. Jetzt ist ja Vorfahrt, er muss ja Vorfahrt gewähren, aber gut, haben wir jetzt durchgelassen, kein Problem. Wir sind ja noch gut in der Zeit. So, ich dachte eben erst, das wäre rechts vor links. Aber bei dem stand ja, ähm... Na, bei dem stand ja so das Vorfahrt-Gewähren-Schild. So, Lühmannstraße, da wären wir, steht auf 142 nach Bahnhof Harburg. Das wird steigen wieder einige aus. Naja, gut. Aber wir haben ja immerhin für mehr als 100 Leute hier Platz im Bus, also mal gucken, wie viele heute hier noch mitfahren werden. Display schalten wir mal wieder um, dass wir den Bus sehen. So. Und da vorne haben wir eine abknickende Vorfahrtsstraße. Aber da sollten wir jetzt mal gucken, dass wir da besser rumkommen und nicht irgendwie wieder aufsetzen. So, also. Müssen wir mal gucken, dass da jetzt keine Autos kommen, dann können wir auch ein bisschen auf die Gegenfahrbahn ausweichen. Aber ihr seht, es ist schon einiges los hier, einige Autos sind hier unterwegs. Nächste Haltestelle. Ich würde nicht gerne, dass der da rumfährt, wobei... Wenn wir jetzt einlenken... Aber der fährt weg. So, dann können wir jetzt ein bisschen mehr geradeaus fahren. Und hier auf die Gegenfahrbahn nicht, dann müssen wir nicht allzu viel über den Bord steinen. So, wunderbar. Schon besser um die Kurve gefahren. Und da vorne ist die nächste Haltestelle. Und da warten auch wieder ein paar mehr Leute. So. Blinker einmal setzen und anhalten. Ich weiß gar nicht, ob die aus dem Hamburg-Tag- und Nacht-Addon sind, weil die habe ich bis jetzt noch nie irgendwo anders mal gesehen. Moin, guten Morgen, hallo. Hallo. Guten Tag, hallo. Moin, moin. Keine Ahnung, ob die aus dem Hamburg-Tag- und Nacht-Addon sind. Ich weiß es gar nicht genau. Also auf jeden Fall steht im OMSI-Forum, das ist Hamburg-Tag- und Nacht-Addon. Aber guck mal, das ist doch jetzt rechts vor links, oder? Zumindest hat der hier kein Vorfahrtgewehrenschild. Na, wenn er stehen bleibt, dann fahren wir mal vor. Dankeschön. Vielleicht hat er, glaube ich, Vorfahrt gehabt. Zumindest habe ich jetzt halt da kein Vorfahrtgewehrenschild bei ihm gesehen. So, sie haben wir unglaublicherweise vom Unfallort entfernt. Hä, wann war denn jetzt der Unfall? Wahrscheinlich irgendwo da vorne an der Kreuzung am Anfang. Habe ich aber gar nicht mitbekommen. So, schön die Fußgänger drüber gehen lassen. Muss man drüber gehen lassen, muss man immer schön aufpassen. Nicht, dass man einen umfährt. Und wir sind aber immer noch in der 30er-Zone, glaube ich. Mal gucken mal hier, ich glaube, diese Straßentexturen. Auch hier rechts jetzt hier, wo die Autos draufstehen, das ist, glaube ich, alles aus dem Hamburg Tag und Nacht Addon, meine ich. Aber ist ja schon länger her, seitdem wir das letzte Mal auf der Map aus dem Hamburg Tag und Nacht Addon unterwegs waren. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt mit den Gebäuden hier ist. Ob die jetzt aus dem, vielleicht auch von Berlin Spandau und so sind. Könnte auch sein. Oder die sind vielleicht, diese Wohnhäuser hier könnten natürlich auch von Hamburg Tag und Nacht Addon sein. Ich weiß es nicht genau. So, da wartet jemand auf uns. Wobei wir so von dem aktuellen Fahrgastaufkommen könnten, hätten wir sogar vielleicht mit dem Solobus fahren können. Ich hatte am Anfang noch überlegt, Solobus oder kein Solobus. Da dachte ich halt, weil ich einmal hier schon mal so ein bisschen was gefahren bin und da so viele Leute unterwegs waren. Moin, moin. Na, nehmen wir lieber einen Gelenkbus. Wobei aber jetzt im Moment vom aktuellen Fahrgastaufkommen geht es eigentlich noch, dass wir keinen Gelenkbus bräuchten. Aber mal gucken, es sind ja noch ein paar Haltestellen. Wir haben ja noch ein paar Haltestellen vor uns, bis wir an der Endhaltestelle ankommen werden. So, hier geht es rechts lang weiter. Die hier vorne wollen auch alle rechts abbiegen, wobei der eine Mercedes da. Da sehe ich jetzt keinen Blinker. Doch, der will auch rechts abbiegen. Scheint gerade gut zu gehen, dass man abbiegen kann. Wobei der Smart fährt noch geradeaus. Da kommen noch ein paar. Die müssen wir erstmal durchlassen. Da ist halt echt schon eine relativ enge Kurve. Wir müssen mal gucken, dass wir da rüberkommen, irgendwie beim Abbiegen. Wobei der kommt auch noch angefahren. Aber danach sollten wir fahren können. Der Audi noch durch. So, und dann. Gucken, genau. Schön, dass die Straße jetzt hier frei ist. Dann können wir schön hier auch einen großen Bogen fahren. Ja, wunderbar. So sind wir gut rumgekommen. Ihr habt gesehen, ohne aufzusetzen. Bam. Perfekt, Leute. So, 30er Zone ist verlassen. Wir machen mal einen Kickdown und beschleunigen mal ein bisschen mehr. Können jetzt auch ein bisschen schneller fahren. So. Weil ich finde, das Verkehrsaufkommen ist hier schon eigentlich relativ recht hoch. Aber, da habe ich jetzt eigentlich auch nichts dagegen. Finde ich eigentlich ganz schön, dass hier so ein paar mehr Autos mal fahren. So, hier wartet gar keiner. Das ist ja, wenn die jetzt noch einsteigen oder so, wäre der Solo-Bus vielleicht relativ voll geworden schon. Und so haben die Leute hier im Gelenk-Bus noch schön Platz. Guten Morgen. Hallo. Guten Tag. Guten Tag, hallo. Hallo. Kommen Sie rein. Guten Tag. Guten Tag, der Herr. Guten Morgen. Nein, nicht guten Morgen. Moin, moin. Ist ja schon Nachmittag. Sagt man nicht mehr guten Morgen. So. Und weiter geht's. Aber ich finde hier, die Straßen sind alle richtig schön dargestellt und so. Ja, die Frau kann ruhig gehen, oder? Dann soll sie aber auch stehen bleiben. Also ich finde, die Straßen sind hier echt so schön, richtig schön dargestellt. Sieht richtig schön hier alles aus mit den Bäumen und dann hier die parkende Autos und sowas. Finde ich auf jeden Fall zu cool. Und es sieht auch irgendwie alles so aus, ob das wirklich jetzt so irgendwie so, irgendwie so um 2012, 2013 oder so spielt. War ja vielleicht auch ein bisschen früher noch. Auch wegen den ganzen halt, den KI-Autos oder so. Und den ganzen anderen Fahrzeugen, weil die halt aus dem Hamburg-Tag-und-Nacht-Addon sind. Und die ja irgendwie halt, ja, so ungefähr um die aktuelle Zeit hier spielen. Beziehungsweise nicht um diese aktuelle Zeit spielen, sondern die ist zu dieser aktuellen, weil es die zu dieser Zeit gibt. So, hier wollte keiner einsteigen, keiner aussteigen, dann können wir weiterfahren. Aber hier guckt auch hier, diese Straße sieht richtig schön angelegt aus. Richtig cool. Und ja, genau. Es ist ja wie gesagt eine reale Karte und vielleicht war ja schon mal jemand von euch hier im Gebiet Hamburg-Harburg unterwegs. Oder wohnt hier vielleicht sogar in Hamburg und war dann auch schon mal hier in Hamburg-Harburg. Oder wohnt sogar hier im Gebiet Hamburg-Harburg. Dann könnt ihr ja mal gerne unten in die Kommentare schreiben, so eine Beurteilung, wie realitätsnah ihr diese Map findet. Also ich war jetzt noch nie in Hamburg-Harburg, ich war auch noch nie in Hamburg. Und ja, fände ich auf jeden Fall sehr cool von euch. Wenn ihr halt, wie gesagt, hier wohnt oder so, könnt ihr ja gerne mal, oder hier schon mal wart, könnt ihr ja gerne mal beurteilen, wie realitätsnah ihr die Straßen hier findet. Ob ihr vielleicht auch die Straßenzüge so wiedererkennt oder sowas. Fände ich auf jeden Fall sehr cool. So, die haben wir wieder rot, da kommen wir nicht mehr drüber. Aber ich finde die Map auf jeden Fall sehr, sehr schön gestaltet. Ja, die Linie 142 ist im Moment die einzige Linie, die ihr hier auf der Map fahren könnt. Ich habe jetzt übrigens die Version 1.1 von dieser Map hier. Und das ist auch die aktuellste Version zur Zeit, wo ich das hier aufnehme. Und genau, da gibt es bis jetzt nur die eine Linie, die 142, halt von AK-Harburg zum Bahnhof Harburg oder halt in die andere Richtung. Und, ja, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es aber so, dass der Erbauer von dieser Map noch an der Map weiterarbeitet und diese Map halt noch erweitern will. Ich weiß nicht, ob die Linie 142 jetzt hier komplett nachgestellt ist oder ob das nur ein Teil der 142 ist. Also, dass er vielleicht, wenn die 142 nicht komplett nachgestellt ist, dass er die 142 noch erweitert. Und, aber wenn ich es auch richtig verstanden habe, soll es später noch weitere Versionen von der Map geben, wo halt dann auch noch weitere Linien hier aus dem Gebiet Hamburg-Harburg hier nachgestellt werden. Da sind so ein paar in dem OMSI-Forum auf der Seite bei dem Beitrag von der Map da verlinkt. Ne, nicht verlinkt, sondern angegeben, genau. Ich weiß nicht mehr ganz genau, welche das jetzt waren. Ich glaube, eine Metrobus-Linie war sogar auch dabei, Metrobus 19 oder sowas, glaube ich. Und auch so ein paar andere Linien, die anscheinend auch hier in Hamburg-Harburg fahren wahrscheinlich, die der Erbauer von dieser Map hier auch noch anscheinend nachstellen will. Wäre auf jeden Fall sehr cool, wenn diese Map hier noch ein bisschen erweitert wird, weil mir gefällt es auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut, der erste Teil hier von der Map sozusagen, wo man hier die eine Linie fahren kann. Also, wenn man hier ein bisschen erweitert wird,